Hi, ich bin Steffen Henssler und bin mit meiner Live-Tour Henssler tischt auf, bestimmt auch in deiner Stadt. Wir sehen uns. Henssler tischt auf heißt deswegen so, weil es meine Lieblingsgerichte gibt. Sozusagen das, was ich immer am liebsten esse. Und dazu gibt es dann noch Geschichten aus meiner Lehrzeit, wie ich Koch geworden bin. Ich habe ein Kochzeugnis dabei, erzähle von meiner Prüfung, erzähle von Grill den Henssler, was hinter den Kulissen passiert. Zeige auch Sachen, die man im Fernsehen nicht gesehen hat. Erzähle auch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und zum Schluss trage ich sogar das ein oder andere Lied vor. Es ist sehr, sehr amüsant. Die Kombination aus Kochen und Show ist schon ganz geil. Das ist live, so wie es auch wirklich ist. Ich bin natürlich ein typischer Tourneekünstler, der 90 oder 120 Auftritte pro Jahr hat. Das sind bei mir maximal 25 bis 30. Und das ist für mich immer so sozusagen die schönste Zeit. Weil auch auf Tour gehen mit den Jungs im Tourbus rein, das ist mir eine klasse Reise. Und das ist mir eine klasse Reise.